Ja hallo, ich bin die Andrea Mahnes vom Wagner Verlag und ich freue mich sehr dieses Jahr das erste Mal auf der Buch in Wien unsere Bücher präsentieren zu können. Besonders schön ist es immer wieder Autoren zu treffen, Bücher zu besprechen, auch neue Werke der Autoren, mit der Unterstützung der Verlagsmitarbeiterinnen. Es ist sehr sehr schön hier zu sein, vielen Dank. Hallo, mein Name ist Sasa. Ich bin auch froh heute das erste Mal auf dieser Buchmesse hier sein zu dürfen und beim Wagner Verlag mein Buch präsentieren zu können. Das Buch, das Glück liegt im Moment verborgen, mein erstes Werk. Wir sind auch hier um neue Buchprojekte zu besprechen. Zwei weitere Bücher sind bereits am Verlegen und ein neues Buchprojekt, wie gesagt, haben wir heute im Detail besprochen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle beim Wagner Verlag herzlich bedanken für die angenehme Zusammenarbeit und hoffe auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit ihm zu haben. Ja, wir freuen uns auch. Wer trennt?